Willkommen zurück zum Let's Play Alan Wake. Diesmal bin ich nicht alleine, nein, ich habe zu viel Angst, alleine in dieses Labyrinth zu gehen. Und daher ist der Chris dabei. Ja, hey Freunde, ich bin diesmal mit dabei, wenn die gute Teil durchs Labyrinth spazieren muss. Und ja, ihr könnt gespannt sein. Ist ja nicht so, als hätte ich es nicht schon mal gespielt. Ja, naja, das wird mir ja nicht geschaut. Das war ja auch ein ordentlicher Fail. Das war, also, wir hatten den Part eigentlich schon gestern gedreht, also waren fast fertig, bis mir aufhiel. Nein, ich habe vergessen, Outer City zu starten. Und so musste das jetzt nochmal gemacht werden. Deswegen gibt es dann wieder ein munteres Raten im Punkt, wo war welche Manuskriptseite. Und Chris, für dich ist ja heute ein ganz, ganz besonderer Tag. Jawohl. Ich bin nämlich jetzt genau vor einem Jahr bin ich jetzt, habe ich auf YouTube angefangen, Videos zu machen. Und heute ist halt dieses ein Jahr rum. Und ja, deshalb ist heute ein besonderer Tag für mich, glaube ich zumindest. Ja, also, das meinte ich auch mit besonderer Tag. Ach, da war wieder Don't Trust E-Mail. Achso, ich wollte doch gerade sagen, hier war das letzte Mal nicht einer direkt hinter mir. Das schiesst du, das habe ich schon gar nicht mal gewusst. Ja, das, ich habe, ich war schon irritiert, warte. Die Manuskriptseite, das wusste ich noch. Ja, aber ich wollte noch gucken, wo es hier hingeht. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe das letzte Mal. Ich weiß nämlich auch nicht mehr, was für alles genau Manuskriptseiten wir haben. Als ich die Freundin heute besucht habe, die mir das sonst immer sagt, ja hier, da hast du das vergessen, die Manuskriptseite und so, da wusste ich. Da habe ich einfach mal ja gesagt, weil ich mir eigentlich sicher war, aber jetzt so im Nachhinein bin ich mir nicht mehr sicher. So, diesmal vergesse ich nicht, die Manuskriptseite zu lesen. Welche war es? Oh, eine habe ich noch gar nicht gelesen vom letzten Mal. Aber was war es denn noch? Barry von Besessen angriffen, das kommt aber erst später. Ich glaube, das war auch, oder? Ja, das könnte sein, also... Ich glaube, das davor, das war alles woanders. Aber guck, eine Seite habe ich vielleicht vergessen. Das war ein leeres Feld. Die doch alles übersehen. Ja, ne, ist schon schlimm. Schlimm. Ich mache einfach das. Weg sieht die Bühne der Old God... 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 Ja, das war eine der Seiten. Ja, das war eine der Seiten. Ja, der Wind, der Wind auch schon wieder. Ja, gut, dass ich das nicht höre, ja. Echt das hörst du nicht? Nein, ich höre dich nur... Also, ich höre nur dich und sehe das blöd. Weil, wenn man mit Schmutzung macht, hört man den Ton des Spiels nicht. Oh, Mann. Dieser blöden, blöden Besessenen. Ja, wäre ja langweilig ohne. Stimmt auch wieder. Weil, die schleichen sich immer an. Wenigstens machen sie manchmal hin und wieder Geräusche. Und, ähm... Hin und wieder kommt eine Filmsequenz. Die Filmsequenz... Oh, Gott. Ähm... Die beruhigt mich nicht wirklich. Weil, das heißt dann immer, die machen großen Schlag. Jetzt geht meine Batterie natürlich auch noch her. Dass die immer so... Harten Schlag machen. Ich habe eben... Ah! Geht weg! Ah, ihr rückt mir zu sehr auf die Pelle. Puh, das war eng. Das war purist. Keine Ernährung. Ja, natürlich. Weil die habe ich wirklich auch das City gestartet dort. Ich hoffe, dass du Play gedrückt hast. Eigentlich schon. War ich hier das letzte Mal? Ich weiß es nicht. Ach, da geht es raus? Da geht es raus? Ja, hier brauchst du. Dann gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Man hört auch schon wieder die nächsten... Hausgegner. Ist hier nicht irgendwie noch... Ach so, da. Die Richtung links noch. Da habe ich noch nicht geguckt. Scheinbar... Ah! Ah! Sieh mal einer an! Die habe ich das letzte Mal, glaube ich, nicht gesehen. Ja, es wird auch vermerkt. Ja, siehste, das war die, die noch gefehlt hat. Hartman und der Stromausfall. Hartman rannte den Korridor entlang. Er hatte Wake nur ungern verlassen, als er am empfänglichsten für die Therapie war. Doch dies war kein normales Unwetter. Wake hatte geschrieben und hatte etwas in den Tiefen des Sees geweckt. Jetzt wollte es ihn holen. Hartman hatte sich natürlich auf so eine Situation vorbereitet. Die irren Brüder würden Wake ablenken, während Hartman zur Sicherheit alles noch einmal prüfte. Weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Ähm... Ich habe vergessen, mein Handy zu stellen wegen der Zeit. Aber naja, das machen wir dann nach Gefühl. Ja. Gucken wir mal. Aber es ist auch immer lustig, ne? Dass, wenn wir irgendwas aufnehmen wollen, es passiert immer irgendwas. Ja, das ist, ähm... Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Nicht? Nee, nee. Ach, soll ich nicht erzählen, dass ich zu Gast bei dir sein sollte und drei Stunden Videomaterial für die Katzwane, weil plötzlich meine Stimme irgendwie verschwunden ist in den ganzen Programmen? Ähm... Achso. Ja, also... Ich habe es ja gerade erzählt, ne? Ja, also... Drei Stunden, ich meine, gut, es geht ja. Ja, das ist ja schnell gemacht, ne? Ah. Nicht so, wie ich das eine Mal, als ich, ähm, mit, äh, vergessen hatte, mit Fraps aufzunehmen und dann nochmal, äh, einiges nachholen durfte. Hier bei Alan Wake. Und, ähm, ich dann nicht gewartet habe, bis es lang genug gespeichert hat, bis es abgeschlossen hatte mit dem Speichern. Ach so, die Thermoskan hatte ich ja schon genommen hier. Und ich durfte das dann ganz nochmal machen. Oh, eine Leuchtpistole, die habe ich ja gar nicht gesehen das letzte Mal. Ja, die, die hast du übersehen das letzte Mal. Schlimm aber auch. Und ich will endlich... Ach, stimmt. Ah, geht weg. Ah, geht weg. Ich könnte auch einfach ans Licht rennen, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Äh, wechsel mal lieber die Waffe. Zu spät. Ich bin aber auch doof. Das ist immer, wenn man eine Leuchtpistole aufnimmt, äh... Ja, das ist mir auch, glaub ich, schon dreimal passiert. Oder viermal. Von daher sollte ich das eigentlich mittlerweile drinnen haben, aber irgendwie, ich lerne es nicht. Naja, noch, noch geht das Spiel ja eine Weile. Ja, ich bin ja erst in Kapitel 4. Und was die PC-Spiele ja das Glück haben, ist, dass es ja nochmal zwei Extrakapitel gibt. Siehst du, die hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ja. So, ich hatte eine Manuskriptseite aufgenommen. Das war hier Barry von einem Besessenen angegriffen. Barry schrie und warf seine Hand hoch. Die Welt explodierte. Ja, das war eine der Stellen, wo ich mich gefreut habe. Immer Äxte, Äxte, Äxte. Oh nein, die Pfosten. Ja, die Pfosten. Da bin ich das letzte Mal so gekonnt hängen geblieben. Deswegen laufe ich jetzt hier so komisch, also nicht wundern. Ja, ja, sie hat dazugelernt. Ja, ich lerne hin und wieder dazu, wenn ich schon allein irgendwie aus irgendwelchen anderen Fails oder sonstiges. Oh, stimmt, da war ja noch einer. Sie lern dazu. Wollte ich gerade auch sagen. So, jetzt laufe ich hier durch. La, 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 la. Gut, war auch wirklich keiner mehr. Oh Mann. Oh. Oh, ich verliere so oft den Faden. Ach. Ach, pass auf, ja, die hier. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja, langsam rantasten. Dann, wie nach soll ich denn noch? Brauchen immer eine extra Einladung, habe ich das Gefühl. Na, Batterie setzt jetzt nicht ein. Ich gehe jetzt einfach ein bisschen langsamer, bis sich das beruhigt hat. Ich glaube, jetzt kann... Ach, die Seite hatte ich noch gar nicht gelesen, ne? Nee, die hattest du nicht gelesen. Stimmt. Ich bin einfach weiter. Deswegen ist die auch noch mit einem Fragezeichen. Hartman sah zu, wie Wakes Gesicht sich entspannte. Der Mann war fraglos ein Kämpfer. Noch auf dem Bett hätte er Hartmans Nase fast ein zweites Mal gebrochen. Doch mit ein wenig Zeit würde er Wake schon brechen und in die richtige Richtung lenken. Wake war das vielversprechendste Versuchsobjekt seit... seit Tom. Schlafen Sie gut, Al, flüsterte Hartman lächelnd. Ich kümmere mich um sie. Er schniefte kräftig, um seine pochende Nase freizumachen. Das Blut schmeckte er kaum. Bitte was? Versuchsobjekt wie Tom? Tom? Ja, Tom ist Zane. Meint ich damit... Ja, Tom ist... Genau so wie da. Emil made Tom do it. Ich weiß noch nicht, wer Emil ist. Weil ich hab schon irgendwie welchen Namen wieder vergessen. Emil... Puh, könnte vielleicht jemand gewesen sein, der für Hartman gearbeitet hat oder so. Könnte. Ich weiß aber nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie Hartman mit Vornamen hieß. Kann hier nicht auch noch gleich welche? Ähm, erst wenn du... Ja, genau. Ja, aber das letzte Mal bin ich gleich hier zum Versteck da gegangen. Ach, der muss ja nachladen hier. Ah, nein, nein, nein. Ja, wegen scheiß Nachladen. Ah, geht weg. Ah. Ich muss eine Sache wegmachen. Ich hab nämlich noch vergessen, hier, ähm, das oben, das wegzumachen. So seh ich jetzt wenigstens, wie viel Munition ich hab. Ach. Mein Bild war am Weg. Ja. Schäm dich, böses Bild. Mal gucken. Nachladen hast du ja. Ja, ja, hab ich gleich gemacht. Wir setzen mal hier lang. Ja. Und dann kamen die einfach hinterrücks von hinten. Ja, guck, da kommen sie wieder. Diesmal war ich vorbereitet. Oh. Erstmal gekontert, daneben geschossen. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Da. Da sind die anderen beiden. Ah, ah, geht weg, geht weg. Die hören aber auch nie auf mich. Also, das ist echt... Die könnten ja mal wenigstens... Schlimm, ja. Ja, die könnten mal auf mich hören. Wenn ich schon sage, geht weg. Und vor allem mir die Mühe mache, zu sagen, geht weg, also. Echt mal. Wanausen. Oh, wann, oh, wann. Leuchtpistole, ja. Ach so, ja. Ja. Warte. Ich lad sie noch schnell nach. Damit sie dann bereit ist, falls ich sie brauche. Und da kann ich auch gleich nachladen, wie ich sehe. Genau. Ach, ist doch schön, wenn man auch die Munitionsanzeige ist. Irgendwas vergesse ich immer. So. Jetzt gehen wir wieder schön zum Krähen-Schwarm da hoch. Ach so, stimmt. Die Krähen. Wie hieß der Horrorfilm damals? Die Vögel? Ne, doch. Doch, Hitchcock, die Vögel. Ja, genau, genau. Sag mal, das war sogar hier an der Stelle, wo ich dann festgestattet habe mit Outer City, oder? Weil ich bin, glaube ich, nur noch den Weg hier oben hoch. Oh, da ist ja noch eine Manuskriptseite. Die habe ich aber schon genommen gehabt, das letzte Mal. Weil es war sie, die ich eigentlich nicht gelesen hatte. Hat man da Stromausfall? Hat man statt weg? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich eher das letzte. Weil das, was... Das hatten wir schon. Ja, das habe ich ja eben gelesen. Vielleicht war es das. Ich habe keine Ahnung. Ach, ich gucke da später mal nach. Lässt hart mit einem Stich. Hm, ich wüsste auch nicht, welche das jetzt gewesen sein sollte. Ich gucke da einfach das nächste Mal nach. Und dann... Äh, da steht einer. Ach, das ist Erd. Das ist Barry. Oh, Barry, meine ich doch. Oh Gott, die verfertigt. Oh nein, oh nein. Ähm, bereite dich schon mal auf einen schönen Kampf vor. Du hast mir jetzt Angst gemacht. Ja, zu Barry. Nur, dass ich nicht mit Facecam spiele, weil sonst wäre es in dem Moment, habe ich einfach gerade die Augen nur aufgerissen. So, die hat, bitte was? Also, zu Barry kannst du jetzt gehen, aber wenn Barry die Tür aufkriegt, das ist eine andere Sache. Äh, du lebst! Hauen wir ab. Kannst du das Tor öffnen? Äh, vielleicht. Barry, ich habe es zugehauen, als die Bösen aufgetaucht sind. Und der Schlüssel saß etwas locker im Schloss, also, äh... Bitte was? Barry, ich habe ihn gleich nur keine Sache. Äh, ich würde hinter mich schauen. Na gut, kommt es eh eine Sequenz. Ja. Äh, wie viele sind das denn? Äh, wie viele, mein Gott! Hör auf! Mach schnell, hör auf! Geh weg! Stirb, stirb! Geh, hier. Hallo? Ich habe Leuchtfackeln. Die würde ich noch nicht so verwenden. Egal, ich habe noch ein paar. Verwenden die eigentlich immer nur dann, wenn ich die mich in bedrängendes Bild. Ah, geht weg! Ah, wie jetzt. Ja. Ich habe eine Münze gefunden. Oh, Barry, ist mir doch scheißegal, ob du eine Münze gefunden hast und dein nicht. Mach dieses verdammte Tor auf. Das kann sich noch ein Weichen hinziehen. Na super. Ich bin noch so gut im Ausweichen. Nein, nein, warte, es ist ein Zweig. Ah, Mann, ich bin nicht Multitask gefähig. Ich bin nicht Multitask gefähig. Ah, geh weg! Nein, nein, du noch einschneid. Lauf, lauf, lauf. Ah, ja, ich... Oh, ich bin Probably. Haha. Hahaha. Haha.